Ich vom Endstand mit dem Wettkampf oben drüber ein Bild an die anderen schicken, also wir haben mal richtig gewonnen. Lau maaaal! Ich! Oh Mann! Kommt halt drauf an, wo der Start ist, jetzt kannst du ganz in Ruhe reinmachen. Also nicht ganz in Ruhe, bei Guri dann auch noch kommt, aber... Yay! 12-0, da hatten wir schon mal zweistellig. Äh, ich hatte schon mal zweistellig, ja, aber da hatten auch die Gegner dann wenigstens ein paar Tore. Wir können ja Eigentore machen. Nee. Wir werden die wieder ein Tor kassieren. Oh, der war schön. Oh! Matrik! Seine Richtung müssen wir noch ändern. Was? Ey! Hast du das nicht mehr gekriegt? Das habe ich auch gar nicht versucht, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, falls sie noch abwehren. Ja, die Abwehr von denen ist nicht zu spaß. Alter, aber auch dreieinhalb Minuten? Oh, bisschen langweilig. Ja. Ich finde, wir machen das echt gut gerade. Wir müssen halt immer noch die Wiederholung wegklicken und so. Das ist halt hinten gestartet, Steffi. Ich starte immer hinten, komischerweise. Das stimmt aber auch nicht. Sie ist jetzt schon wieder vorne. Los, klatsch nicht! Ich bin in die Mitte. Ist das auch mal dasselbe? Ja, in die Mitte. Das war ein Rückpass. Aber nie mehr das hinten. Steffi! Das war schön geklärt, Steffi. Ja, für dich! Nein! Das ist auch schön geklärt. Oh, Mann! Wir sind echt gut. Das ist die falsche Richtung! Oh Gott, kriegen wir jetzt ein... Wollen wir ein Tor machen bei uns rein? Damit wir dann am Ende sagen können zu eins? Das ist das beste Spiel, was ich hier gespielt habe. Was ist denn daran anstrengend? In die Mitte! Ja, ich mach jetzt gerade alle Tore für den Rest des Jahres. Das ist früh dran mit dem Klatschen, oder? Du musst auch warten, bis der ins Tor geht. Ich steffi heute nach. Ja! Gekehrt! Schön abgewehrt! Da! Schön angetäuscht, oder? Doch auch, Mann! Hat nicht geklappt. Steffi hat ihn trotzdem gekriegt. Also mit dem Antäuschungszug. Hast du da? Aber da ist ja jetzt bestimmt jemand in der Mitte. Ich hatte keinen Wurst! Ich aber. Was ist das? Ich hab mal überlegt, ob ich dich vielleicht davor schießen kann. Ach, kacke. Ecke und so. Steh frei! Der wird gehalten. Die werden sich aber auch mal ein bisschen anstrengen, oder? Oh, wie? Was ist zu langsam? Steffi, wenn man alleine vorne steht, kann man den halt auch ganz alleine reinmachen. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich bin komplett weggeflogen. Um! Wenn ihr beide zusammen vorne seid, passiert immer was Lustiges. Ich bin gespannt. Das war nicht so lustig. In die Mutter! Aua! Ja! Der ist so gut geblieben. Ach, fast! Der ist überhaupt nicht gefahren. Ich habe schon lange gewartet. Der so viel Zeit lässt. Ja, ich habe versucht, da vorne dagegen zu springen. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich denke, wir gewinnen das. Das ist knapp. Bei 50 Null müssen die aufgehen, oder? Ja, ich glaube bei 50 war es. Ich habe ein bisschen besseres Erkrank. Sieh die Schenker zuflogen. Oh boy Machen wir jetzt immer so oder? Ich find den gut Eine Minute haben wir noch ungefähr Zeit Er wird eng mit 50 Du hast die Party verlassen? Also ich? Dann hab ich dich grad zu fest gerammt Das steht Party verlassen Bei mir steht oben links steht das Ja bei mir auch Danke Danke So wird das aber eng mit den 50-Torn-Höse was machen Ja, wir haben nur noch eine Minute für 12 Die Frage ist Machen wir Lassen wir den Gegnern auch eins rein? Nee Gönnen den gar nichts Oh der war schön Aber ich lässt kann ich's manchmal auch Alter, ey, die Zahlen 2649 Punkte Ich war noch dran Ich hätte das überholen müssen, ich hab ihn ausgebremst, der musste kurz bremsen Hat funktioniert Was war das denn? Ich bin irritiert Der fällt eigentlich noch mal ein bisschen an Das war das 42. Tor Oh der ist zu weit Oh der ist auch zu weit Oh der ist auch zu weit Ist da jemand? Der hat die Steffi Die Sussen gehalten X Tore wird Nee, das wird nichts mehr Machen direkt rein Keine Spielereien mehr Ja, ich treff nicht mal Aber jetzt musst Schneller Na gut, wir haben jetzt Bis hinten lang gebraucht Oh Mann Was ist denn? Oh der klärt den Nicht mit mir Oh der fährt hochgespielt Oh 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 Ich hab zu wenig Fuß Ich hab zu wenig Fuß Ich hab zu wenig Fuß Und jetzt von dem Endbildschirm wird Gut gespielt Naturgewalt 21 Tore Ich hab Level 841 Ich hab ein Aquadomboje Aufsatz bekommen Sag mir das ist wirklich jetzt ein Bild davon Ich hab ein Bild davon gemacht Welches schickt das auf die andere Bei mir seid ihr aber alle In ner Hm? Bei mir seid ihr alle Unten in ner Party Aber im Spiel nicht mehr in ner Party Also ins Hauptmenü Ja Weiß nicht, Janne ist oben in ner Lobiii Ja In der Lübiii